Herr Knapp, wenn ich nur drei E-Mails von Ihnen bekomme, das ist doch scheiße. Du hast alles. Schminski, Schminski. Das sind nur die E-Mails, ich habe die alles geschickt. Wenn Sie sich nochmal bei mir melden, leistet Sie direkt weiter. Nein, das können doch nicht alle Unterlagen sein. Dann passiert jetzt wieder die gleiche Scheiße wie beim letzten Mal. Dann, soweit klar? Nein, nichts ist klar. Gut. Wir sind hier nicht fertig. Wir hören voneinander, wenn was ist. Nein, wir hören nicht von... Ich muss den Lachs weiter löppen, ja? Alles klar, tschüssi. Ja, das war der Schminski. Äh, mein neuer Steuerberater. Beim letzten Mal hat er das Finanzamt angekloppt und ich wollte mich jetzt einfach vorbereiten, wenn mal wieder was ist. Heute, meine Damen und Herren, wer sind wir? Da bin ich richtig heiß drauf. Wir werden zum einen den automatischen Dietrich ausprobieren und den Glasschneider. Wir sind jetzt das erste Mal an einem Punkt, wo wir Geld brauchen. Und wir können uns, und das wäre richtig fett, ein Safeknacker-Werkzeug. Und Juweliers-Werkzeuge auch. Können wir uns alles kaufen, wir brauchen unbedingt Geld. Also, wir gucken mal, was so Neues im Angebot ist. Ein Gemälde stehlen oder zerstören in der 108. Und einen Dekorationsgegenstand stehlen oder zerstören auch in der 108. Alles klar. Wir fahren jetzt einfach mal zu 108. Junkyard? Ist das neu? Wir schauen mal in den Junkyard vorbei, Allah. Das kenn ich noch nicht. Wo sind wir denn? Mülldeponie oder was? Ach, äh, Schrottplatz oder was? Junkyard? Ist das Schrottplatz? Alter, wer ist er denn? Wer bist du denn, Alter? Howdy. Howdy, Allah. Autoteile, Autos, andere Dinge. Okay, wir können hier, wir können jetzt Autos klauen oder wie? Mir wird das noch nicht, mir wird das noch nicht erklärt. Ja. Okay. Also, ich habe jetzt Zugang zu einem Bereich, bei dem ich noch nichts machen kann? Oder wie läuft es? Ein Schwatter? Noch ein Schwatter? Diesen neuen. Das Spiel entwickelt sich weiter. Das ist die 108. Aha. Aha, zack. Routine erfasst. Tschüss. Zack. Fenster auf. Die Lassen, Fenster auf. Da kann ich hochklettern. Zack. Hier wird alles, alles abgescannt. So mit den Augen, Allah. Die haben drei Bewohner. Uff, Allah advanced. Kann ich kaputt machen? Und hier ist die Tonne, in der ich mich immer versteckt habe. Ja, dann würde ich sagen, brechen wir ein, Allah auf. Los geht's los. Hehehe. Auf zur Seite. Hier könnte ich Glasschneider einsetzen. Komm, weil wir es können. Schneiden. Ich muss schnell rein. Jetzt kann ich die Leute richtig Rops nehmen. Oh, Geld. Geld. Hier, das... Ist das das Gemälde? Mach kaputt. Alter. Hallo, Hauskap... Ist denn das das Sonnenuntergang? Ist das denn richtig? Nee, das ist es nicht. Was, 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 was? Ach. Die waren zu Hause? Hä, aber ist doch einer gegangen? Die waren alle zu Hause. Also, ich geh da so rein, Allah. Ha. Nur einer ist zu Hause. Nur einer ist zu Hause. Garage, Toilette, Küche. Hier ist die Küche. Geil, dann ist der nur unten. Jetzt aber schnell. Zack. So. Das ist die Vase, die ich klauen soll. Ist das das Bild? Das mach ich kaputt. Ich hoffe, die hört das nicht. He he. Ich nehme mal mit. Geld? Wir brauchen Geld, ey. Wenn wir eins bauen, dann Geld. Wecker und Sparschwein. Das ist doch locker was wert. Dann tue ich mal diese Vase fallen lassen. Das war jetzt auch gar nicht laut. Den Fernseher muss ich noch kaputt machen. Wo ist der Fernseher? Hier. Oh, automatischer Dietrich. Hoho, Alter. Ich hab jetzt so krass Geräte. Hier ist der Fernseher. Haben mich gehört? Haben mich gehört? Haben mich gehört? Alles cool? Alles cool. Ich renne einfach. Ich renne. Die haben mich nicht gesehen. Lalalala. So, jetzt aber go. F. Ein Stern? Für heimlich. So schlecht war ich noch nie. Ich f*** auf eure Bewertung. Entschuldigung. Aber mal kurz Real Talk. Ja, also ich muss sagen, die hatten da jetzt noch einiges an Stuff in der Butze. Und weil ich nichts schleppen kann, liegt das da alles noch rum. Wir gehen da noch mal hin und räumen richtig auf, würde ich sagen. So. Da hängt noch eine Gitarre. Seht ihr das? Die muss ich mir auch merken. Okay, die sind alle zu Hause. Büro, Büro, okay. Schlafzimmer. Gependi. Alter, die haben unten die Rollos runter. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich muss das jetzt durchdenken. Ja, ich gehe rein. So, Luft ist rein. Juckt ihn nicht. Lappen. Kann ich jetzt hier mit dem Glasschneider... Das ist advanced. Ich kann hier nicht rein. Ja, scheiße. Das heißt, ich kann nur über die Ranken was anstellen. Ich schlaf jetzt bis 12. So, nicht gehört werden. Hoch. Und durch. So, wir sind drin, Uli. Ah, der Router. Jetzt mal wieder. Smartphone. Jawohl. Weil was können, Allah? Das ist so belohnend. Der Fernseher ist wieder heile. Die Spitzbuben. Den kann ich dir jetzt mitgehen lassen, oder? Oder geht unten lang? Eine Festplatte. Noch Festplatten? Da ist noch eine. Ey, im Laden, glaube ich, bei Black Bay, haben die drei Festplatten gesucht. Dann nehme ich den Fernseher, Alter. Das ist so ein kleiner Riesending. Niemand fickt mit mir. Alter, ich habe noch nie so einen Riesigen geklaut. Ist das überhaupt durchs Fenster? Boah. Boah, scheiße. Oh. Hat ihn mal gehört. Ja, easy. Tschüss. Oh. Alles gut. Alles gut. Ich fahre da ran. Jetzt aber schnell. Bevor da was passiert. Oh, scheiße. Gas! So, warte mal. So, verpisst euch? Ihr habt alle keine Ahnung. Alter, ist der riesig. Passt ihr überhaupt in das Auto? Boah! Ja, gerade so. Aber warum ist der jetzt weiß? Ah, die Sonne. Klar. So, ich lass dir das Auto stehen, oder? Ist das verdächtig? Scheiße. Ja, das schon. Tür zu. Und renn. Na, bin Sabine. So, ich habe jetzt noch anderthalb Stunden. Easy. Oh, da ist noch ein Router. Doppelt hält besser, ne? Oh, hier ist ein Pants. Äh, ein Safe. Alter, 108 wird leiden, diese Folge. Ich sag es euch. Hat er gehört? 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 Und go. Weg. Weg, 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 weg. Weg. Da machen wir gar kein Risiko. Wir merken uns. Panzer. Alter. Das wird krass. Äh! Ich habe auch gerade irgendeine Steam-Errungenschaft bekommen. Irgendwie. Ich bin der krasseste Ficker, oder so. Alter! Jetzt verkaufen. Das U-Phone. Verkauf. Die Festplatten. 360. Katsching, Allah. So. Erstmal, Uli. Ich habe was ganz Feines. Hoho. Hoho. Das Ding wiegt. Richtig. Scheiße. Welcome back. Yo. Pack mal mit an, Allah. Hohohohoho. Alter. Woo. So, Uli. 700. Router. 40. E-Gitarre. 250. Machen wir es einfach. Radio. 25. Weiße. Katsching, katsching, katsching. Junge! Wir sind liquide wie Scheiße. So. Und jetzt. Meine Damen und Herren. Safe. Knacker. Werkzeuge. Kaufen. Geil! Oh. Hallo? Ja, Schminzki. Steuerbüro hier nochmal. Ja. Sie haben mir die Mail geschickt mit ihrem neuen Unternehmensnamen Bares und Rares GmbH. Ist das wirklich der richtige Name? Das kommt mir alles ein bisschen so direkt vor. Ja. So heißt der Laden. Ja. Das meinen sie nicht ernst, oder? Und dann nochmal ein anderes Thema. Sie haben mir hier so eine Dietrich Rechnung geschickt. 1200 Dollar. Ja. Also ich brauche die schon. Das ist quasi mein Business. Also ich bin jetzt ehrlich mal zu Ihnen. Das ist eher was für den privaten Gebrauch. Ich verliere ganz oft meine Schlüssel. Ach echt? Und musste immer, ja. Und musste immer in jüngster Vergangenheit etwaige Schlüsseldienste bezahlen. Und wissen Sie was die? Haben Sie Schlüsseldienste als Kunden? Nee, für die arbeite ich nicht. War die für die? Die haben genug Geld für einen besseren Steuerberater. So. Ja, dann ist das so. Ich... Nein. Jo. Tschüssi. Ich sag mal so. Diese Folge. Junge haben wir Geld gemacht. Der Lachs. Let's. Alla. 0. 해도 Margaliera. Du. Ja. Du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020